Die Raumfähre Atlantis hat letzte Nacht die Forschungssonde Magellan im All ausgesetzt. Zum ersten Mal nach elf Jahren soll wieder ein amerikanischer Raumkörper einen fernen Planeten erforschen, die Venus. 15 Monate braucht Magellan für diese Reise. Dann wird der 700 Millionen Mark Apparat den Nachbarplaneten ausmessen und fotografieren. Die fünf Astronauten der Atlantis, unter ihnen eine Frau, machen in der Raumfähre noch wissenschaftliche Versuche. Am Montag kehren sie zur Erde zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017